hey freunde herzlich willkommen zu einem neuen video von mir exploren und wir sind heute auf luna sky da mit dem schönen mond also luna und ihr seht schon hier sind übelst viele herzen und so das hat den grund ist es ist feintin zack das geht vom elften also von heute bis zum 18 februar sie wendt ihr seht hier herzen ich weiß noch nicht alle infos also schon ich habe ein bisschen mich informiert jeden fall hier ist auch der liebe luna und die schuka schon ja und wir haben hier auch wo also ich habe nur so viel mitgekriegt das halt die ganze hier macht party das hier halt ganz viele herzen warum fliegen hier müssen auch her da fliegt auch herzen und das halt in luna sky und im skyblock und in in evisions city bild neue sachen hier in den wurdkissen einmal hat praline praline also beintin sex rosa 100k das wusste ich nicht herz also halt die standard sagen ich werde mal kurz voten oder ich zeige euch einfach mal kurz wie es unten gehen bis gleich so leute ihr geht jetzt auf den link drauf auf alle drei am besten so leute da sind wir auch schon ich habe leider schon heute gewohnt wird mir angezeigt ist jetzt wirklich ungünstig tv ja also bei dem kann ich auch schon bei dem bestimmt auch aber den anderen kann ich halt nicht abstimmen bei hallo ich ja schon gewohnt hat also leute da haben wir ein votkey wir versuchen es mit einem votkey auf city wird habe ich noch ein bisschen mehr mal gucken was wir bekommen so mal gucken ob er was von weintinstag bekommt direkt und schade war ganz nah viel treffig schön also bei ding es gibt halt solche sagen mal gucken was noch bei ding oh mein gott das habe ich noch nicht gesehen bei city wird gibt also die lobby sieht schön aus gucken wir mal auf city wird so mal gucken wir haben wir haben das schon neues item gesehen mal gucken ob es auch bekommen es gibt trank der liebe bogen der liebe am also ich weiß nicht mal wieder als ich kann es auch nicht aussprechen ja es gibt zwei sachen bei bedrock genau bei bedrock bei city wird mal gucken ob wir eins davon bekommen wir und jawohl wir haben ein was bekommen sieht zwar ein bisschen verpackt aus aber bestimmt kann man so ein bisschen besser treppi macht auch irgendwas so holz wir haben noch zwei verpackte bedrock keys leider verpackt so ja das war es eigentlich mit dem update von luna sky kann sein bei city wird fliegen auch ein paar herzen rum gucken wir noch mal in die lobby ja die lobby sieht halt schön aus es gibt neue sachen herzen fliegen über rum ja das war es mit dem update ich hoffe euch hat das video gefallen gibt mir ein like und ein abo wenn ihr es noch nicht getan hat aktiviert die glocke mit mich freuen schaut auf den server mal vorbei würde mich freuen wenn ich euch treffe ja und dann wünsche ich jetzt einen schönen tag ciao